hallo ihr lieben ja heute habe ich einen ganz tollen shop für euch den ich vorstellen möchte und zwar aus dem bereich do it yourself und ich bin ganz verliebt in diesen shop da gibt es ganz tolle sachen ich bin auch so ein bisschen bastel verrückt und dort findet ihr ganz viel was der sachen und zwar nennt sich dieser shop leilas kunstwerke und jetzt möchte ich euch natürlich gleich zeigen was ich mir dort ausgesucht habe ich bin totaler katzen fan und leider dürfen wir hier in der wohnung keine katze halten deswegen habe ich mir eine weiße katze ausgesucht die ist aus velour aus weißem velour und die wird meinen spiegel gleich verschönern das zeige ich euch ja und dazu habe ich noch was ganz tolles bekommen von da fünf so hübsche weihnachts anhänger schaut mal also sind die toll alles handgearbeitet und die kommen dieses jahr an meine geschenke zu weihnachten weil ich ganz viele freunde habe und bekannte und verwandte die lesen unheimlich viel und für die ist es glaube ich genau das richtige weil kann man ja auch super als lesezeichen verwenden so aber jetzt nehme ich euch mal mit zu meinem spiegel und zeige euch wie das endresultat aussieht mit dem kätzchen hallo den link zu meinem blog findet ihr wie immer hier unter diesem post weil wenn ihr noch mehr über leilas kunstwerke wissen möchtet ja wo genau ihr sie findet ihr findet sie nämlich auf der wandert zum beispiel auch und sie hat ihren eigenen shop sogar dann schaut auf meinem blog vorbei da findet ihr alle weiteren infos und ich werde die links trotzdem auch hier unter das video setzen am besten ja vielleicht gefallen euch ja die sachen und ihr schaut einfach mal bei ihr vorbei wenn ihr zum beispiel eine party machen möchtet dann hat sie total tolle party dekoration selbst gemacht oder ja wenn ihr eine schöne wand deko haben möchtet oder eine spiegel deko so wie ich dann schaut doch mal bei ihr freut sich ganz sicher